Beim Adventskalender und beim zehnten Türchen packen wir das ganze mal wieder aus und wir sehen sind auch wieder Pure Cracker dabei. Pure Cracker von Keller, noch etwas alter mit grünem Backcover. Dann haben wir hier noch eine Fontäne drin von Komet. Sehr schön, sehen wir uns gleich draußen. Pure Cracker an, sehen wir noch hier schön grau-dunter. Sehr schön, legen wir jetzt hier auch mal hin. Ja, also ich bin Pure Cracker, 1A. Sehr schön. So, dann gehts weiter mit der Fontäne von Komet. Na ja, Brennendauer ist sehr kurz. Nichts Besonderes.